hallo leute und herzlich willkommen wieder zurück bei ARK hier auf Fjodor schön dass du dabei bist ich bin jetzt hier rüber geflogen und irgendwie habe ich den eindruck mein der Zinosaurus wurde gefressen ich habe keine ahnung wo der hier ist ich glaube den hatte man vorher gefressen bevor er fertig war ich weiß nicht was da los ist wahrscheinlich ist da der torpor zu schnell weg gegangen ist auf jeden fall hier nicht mit dabei ist nur der rex als letzte zehnung drin das ist ärgerlich vor allen dingen der ganze kampf hier was wir mit dem fisch hatten er wird irgendwo sein keine ahnung das ist auch komisch deine alpha megadolon der ist hops gegangen obwohl keiner was gemacht hat weil wer greift ein alpha high an also ist ein bisschen komisch oder ich würde keinen high angreifen ich sehe hier auch kein päckchen oder so keine ahnung wollen wir uns mal kurz die rune da drüben es ist schon echt verwunderlich so nehmen die mit 60 stück schon mann oh mann oh mann dann machen wir ja einen fortschritt nach dem anderen hier ach der arme der Zinosaurus einfach weg von der bildfläche ich hätte ihn geil hätte ihn hätte echt auf den aufpassen sollen ja das ist schade das ist wirklich schade gucken wir dass wir vielleicht heute vielleicht den Juttyranus bekommen oder ein anderes tierchen ich habe noch fünf von denen der harpoon schleudern das sollte ich mal eins ausrüsten ich bin geblendet von dir ich bin geblendet von dir hm wieviel hat denn der alpha im leben ah 4000 ey 4000 das schaffen wir schon machen wir den alpha raptor mal kurz platt du warst du warst es bestimmt der war ein tericino kaputt gemacht hat kam ja alle ja 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 was haben wir jetzt gekriegt du hast auf jeden fall ein haufen fleisch ich weiß nicht was du damit willst und leder kannst du auch weg machen ein bisschen hier aufräumen die stein spitzsacke die feile tu ich auch weg jetzt äh ein weiterklauer und wir sind jetzt bei 17 ich glaube der hat 3 oder 4 von diesen dingern gebracht die brauche ich auch nicht mehr das sind es schon mittlerweile so viele klappriger bogen was wirst du mit der picke eigentlich könnte ich zwar ein gadget zum fressen geben aber ehrlich gesagt das muss jetzt nicht sein das ist ja kein Müllschlucker der kriegt ja nur das beste Essen hier kein Terrecino bekommen kein U-Tyrannus bekommen vielleicht muss ich einfach die Box aufbauen vielleicht sollte ich das machen das sieht hier aus wie vom König der Löwen im Eispalast oder so das hat schon was hier das ist ein cooles Wintergebiet nur sieht das Ganze ein bisschen matschig aus was ist da geben wir mal noch ein Stockwerk höher du musst schon drauf achten dass du den richtigen Moment abpasst du musst hier erstmal alles weghauen du bist zwar eine hohe Katze aber die kann ich jetzt nicht gebrauchen der läuft schon stolz dahin schick mir ruhig deine gesamte Bagage hier rüber nicht schon wieder ich kann auch nicht rüber gucken oder sowas oh Gott es will ey jetzt müsste mich nur noch ein Mikrokraptor praktisch hier runter schützen ey und dann zack weg bin ich hier lass mich doch da hoch ich will dich doch mitnehmen ey ihr seid doch solche Deppen ich brauchte ihn äh 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 gibt es hier irgendwo was was mir Ärger macht boah äh ich hör dich schon noch da hinten ist der Rausch komische Ochse und jetzt kommt auch noch mal eine Katze ja dann schnapp dir hier dieses Fisch hier ne mmm hat es geschmeckt ey guck mal an der hat ne Tasche cool ey wenn ich den bekommen würde das wäre riesig ah das ist ein Schweinchen ein 25er ein 25er Sau hier alle ab ja was ist da drin ach nur eine Stopphose und eine Steinschleiter ah ey wie mach ich das jetzt machst du grad Furcht oder was das Mammut das blutet aber richtig stark huiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Hauptsache der bleibt am Leben Jetzt legt er sich ja auch noch mit der Schildkröte an Folgen wir dem mal unauffällig Der ist jetzt irgendwie mit der Schildkröte Okay Na komm hier rüber Der macht jetzt hier den noch Da ist nur ein Parasaurus, Dodos Gefährliche Tiere Da hat es gerade keine Ja komm Mein Gott mach doch endlich den Dinger Platz Ey da flitzt durch die ganze Map wie der letzte Der macht hier alles kaputt Komm hier rüber Komm hier rüber Zack Zack Und Zack Äh Ich hab noch ein paar Sekunden Oh je Das kann was werden hier Komm Zack Hey kleiner Du solltest zu mir kommen Komm 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 Mal gucken ob der hier rauskommt Ist der jetzt drin oder nicht Ist der jetzt drin oder nicht Na super Na super Jetzt haut er auch wieder ab Das sind ja geile Folgen diesmal Na Tut mir leid Und Man macht sich diese Mühe Hier in diesem Spiel Boah Äh Hebt es mal auf Ihr glaubt nicht dass ich heute noch was äh Eine CMG Wahnsinn Echt Der kostet mich den letzten Nerv heute So Du brauchst auf jeden Fall nicht so viel Fleisch Na Hau das hier auch weg Wow Echt Mach das mal hier weg Mach das mal hier weg Ja Der Der dackelt jetzt hier unten rum Unglaublich Dann Da zähl ich mir lieber den Hai hier unten Der haut wenig jetzt nicht ab Ähm Wo ist denn der jetzt Wo ist denn der jetzt Ähm Da Äh Folgen deaktivieren Na Wie geht's dir da unten Du Uschi du Die Schock sehr Na Na Ja 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 Ich treff grad gar nix hier So Da Da hast du schon mal den ersten Pieks du Ja Ja Ich mach das jetzt glaub so Dass ich den piekse Und Und ich hoffe diese Vögel Komm mir her Hm Der weiß schon wo ich bin Boah auf jeden Fall dann die Harpunenschleuder Ich hab noch zwei Sachen hier Ich hab noch zwei Sachen hier Ah Jetzt geht er da rüber Ich kann doch nicht immer so lange Folgen machen hier Ah Der wiegelt hier alles auf hier Ah Und Warum kriech ich denn den jetzt nicht Wow 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 Was ist jetzt los Was ist da passiert Das ist ein Drodon Ah ok Der hat sich getraut hier rauf zu kommen Komm hoch Hohoho 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 Na Du Eule du Äh ich seh den hier nicht Sein Torpor geht aber auch schon wieder weg gell Oh Junge Oh Junge Na komm her Na Komm her Nein Oh Schon wieder Ich lass mich bloß nicht ins Wasser fallen Hey Das ist einer der schwierigsten Tiere wo du zähmen kannst Die anderen sind so wundervoll Ah guck mal an ey Dich packe ich auf jeden Fall hier jetzt ein Ja das wird zu knapp sein oder Ich weiß es nicht ich weiß es nicht ich glaube ich hab da ein zu kleines Ding aufgebaut Komm jetzt Komm jetzt Ich glaub ich hab da das kleine gebaut oder Glaub ich mal Na komm Nein Uuuu Der Agentar ist der bringt mich doch ins Wasser hier das findet der jura ist bestimmt ultra komisch ich krieg schon drehwurm hier juli du gehst mir auf die nüsse ich will das mal aus ich kann hier nichts sehen weißt du die fische die haben angst zu dir jetzt auf einmal kommst du oder ich erwischte nicht die ganze zeit hier du zappel ist mir zu viel hallo bleiben sie bitte stehen ich will sie zähmen ich den schwanz hier alter du wirst ein zappel ja wenn ich merke der ist fast durch und haut ab dann muss ich nur unbedingt hier anleihen oder wie sagt man an ketten der hau doch du hast da keine chance der schwimmt hier oder was bist du schwimmt turanus ja auf mich zu veräppeln hier voll auf die schnauze hier ich muss den irgendwie weg schaffen aber vielleicht riechen jetzt voll in den schwanz das passt voll daneben das ist halt echt ein trauriger tag ich weiß nicht was mit dem youtube ist echt na komm da ist nix jungen 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 ok jetzt lassen die nie weiter oder was lass den youth german ist in ruhe halleluja was für ein tag heute auf dich wegzudrehen vielleicht noch ein hei dazu wahnsinn bleibt stehen du du frosch du kriegst mein agent habe es nicht mal nur meter hey jetzt habe ich daneben geschossen das ist das einzigste tier was mich so nervös macht ich hab dich gepiext ich hab dich gepiext ich hab's dir gesagt ja ja auf dich zu bewegen moment 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 ich hab's gleich ah Mist der müsste mich nochmal angucken oder so alter oh du Ochse hör auf dich jetzt zu bewegen echt ja komm hoch komm hoch wenn du es schaffst jetzt habe ich auch noch daneben geschossen du bist ein zappel philipp ohne witz selbst die pinguine bleiben stehen so da habe ich mal wieder gehabt eine über lange folge hier ne das war nix ja der kommt schon wieder der kommt wieder die kommen alle wieder ja jetzt will er abhauen oder was mal gucken mal wie ich ihn so bekomme er hat ja jetzt die furcht gerade angeschalten ich glaube nicht dass das so viel machen kann ja jetzt wird es ja wieder darüber liegt hoch das ist echt unglaublich das tier komm hier rüber genau brav so du hast zum letzten mal gebrüllt Kumpel na komm das muss ich schaffen hier das dauert nicht zu lange ja 14 14.000 brauche ich äh ich könnte es noch schaffen alle ab komm 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 alle ab na komm yes komm zu mir Vogel machen wir so ich glaube das mit kippel ist es einfach zu lange geben wir mal zehn stücke zack machen wir so hätten wir uns unser männliches ding schon mal weg hier ja ja da habt ihr es davon oder ich muss auf jeden fall beim youtube bleiben junger vater dieses tier es hat mich wahnsinnig gemacht wie brauchst du eigentlich vier rohes hammelfleisch wahnsinn 145 juteranus das haben wir uns verdient genau es nur muss auf jeden fall hier alles im blick behalten wenn ich schon kein terizino bekommen habe dann nehme ich dich mit da brauche ich nur noch ein weibchen hammer hart oder 72 level hammer mäßig cool auf den warten wir jetzt krass und den hat hatten wir gezähmt irgendwie ist gerade alles ein bisschen durcheinander habe ich die k-funktion noch an ja habe ich noch an wahnsinn wahnsinn guck mal die zähne an wenn man überlegt dass sowas uns früher mal gefressen hat hammerhart einfach nur zwei ey musst du immer noch einmal fressen das kann ja fast gar nicht sein bei dem dauert es auch ein bisschen ein krasses tier jungen 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 warum wirst du schneller wir wollen denn nach hause na k-modus ok da ist nichts anderes als wasser da unten drunter ok ich kann aber gut raus scrollen hier komm schon komm schon zeig was in dir steckt friss ich denke mal das ist beim terizino einfach mit dem kippen zu lange gedauert hat da bin ich mir hundertprozentig sicher und dann ist er wahrscheinlich aufgewacht und naja na komm steh auf steh auf mein großer mein großer gefiederter freund du darfst auch das ganze zeug da drin behalten hammer hammer zieß lass mich schlafen wow geil hammer kom derivatives kommt mit ho 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 juggi 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 das ist ein krasses tier geil ohne Witz ist einfach nur cool gemacht Wahnsinn ein tolles tier machen wir den K-Modus an und scroll mal ganz nah hin ey das dauert aber nur na ey ich wollte gerade ein Bildchen machen braucht doch ein cooles Bild hier vielleicht so na so nix gut hey der Pinguin da guckt auch schon der kackstum ey der kackert rum geil ja Jungs und Mädels ich hoffe es hat euch die Folge heute gefallen hat dir diese Folge gefallen solltest du auf jeden Fall noch die nächste Folge anschauen wenn du Bock hast kannst du auch noch die Playlist angucken andere Videos stehen auch parat ich wünsche dir bei viel Spaß und ciao ciao ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020